Schlagerstrand-Party, unterbrochen. Florian Silbereisen rettet Stimmung dank Helene Fischer. Florian Silbereisen ist ein Showmaster wie er im Buche steht. Während einer Unwetterpause überraschte er seine Zuschauer jetzt mit dem Helene Fischer Hit, atemlos. Gelsenkirchen, Florian Silbereisen, 41, ist zweifelsfrei einer der beliebtesten Moderatoren im deutschsprachigen Fernsehen. Als unangefochtener König des Schlagers führt der Volksmusiker seit Jahrzehnten durch zahlreiche verschiedene TV-Formate und plant dabei stets alles bis ins letzte Detail durch. Doch auf das Wetter hat auch ein erfahrener Entertainer wie Silbereisen leider keinen Einfluss. Am vergangenen Wochenende wurden der Showmaster und seine Gäste in Gelsenkirchen auf die Regenprobe gestellt. Dank atemlos. Florian Silbereisen rettet mit Helene Fischer Hit seine Schlagershow. Bei der Aufzeichnung der Sendung, die große Schlagerstrand-Party 2023? Wir feiern die 80er, am Samstagabend, 15. Juli, überraschte ein starkes Unwetter das Produktionsteam rund um Moderator Florian Silbereisen. Florian Silbereisen rettet die unwettergeplagte Schlagerstrand-Party mit einem Song seiner Ex-Freundin. Dass Florian Silbereisen und Helene Fischer trotz ihrer Trennung noch immer gute Freunde sind, ist längst kein Geheimnis mehr. Trotzdem sorgte der Traumschiff-Kapitän mit seiner atemlos-Performance bei der Schlagerstrand-Party selbstverständlich für ein ganz besonderes Highlight, das nicht nur Fans des Ex-Pares begeisterte. Auf Social Media kursieren schon jetzt zahlreiche Videos seiner Spontaninterpretation des Schlagerhits. Die gesamte Aufzeichnung der Show wird am 12. August ab 20.15 Uhr im Ersten zu sehen sein. Was wohl Helene Fischer von Florian Silbereisens, Atemlos, Version hält? Bereits während der Unwetterpause kündigte der Gastgeber an, seiner Verflossenen schnellstmöglich von dem besonderen Erlebnis berichten zu wollen. Ich werde den Auftritt Helene zeigen, sie wird begeistert sein, rief Silbereisen dem tobenden Publikum zu. Auch in anderen Schlagershows kommt es regelmäßig zu denkwürdigen Momenten. Bei, immer wieder sonntags, verschaffte Stefan Maross, 47, seinem Gast Vincent Groß, 26, prompt eine ungewollte Abkühlung. Verwendete Quellen, RTL. und wieder